Ja, Mario, eine Frage, die wir auch sehr oft hier bei uns im Kundensupport gestellt bekommen, wie finde ich die richtige Aktie? Das ist, glaube ich, eines der schwersten Punkte überhaupt, tatsächlich immer gute Aktien zu finden, die jetzt, wo ich sie gekauft habe, sofort in den Gewinn laufen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man schaut, welche Aktie wird denn gerade tatsächlich am Markt gespielt? Wir haben immer früher gesagt, welche Sau wird gerade durchs Dorf getrieben? Und im Moment kann man wirklich sagen, das sind eben diese Technologietitel wie Apple oder wie eine Tesla-Aktie. Und da muss man auch dabei sein, sowohl als Trader als auch als Investor, wobei als Investor ist jetzt sicherlich der Preis deutlich zu hoch. Aber gerade als Trader ist es ganz, ganz wichtig zu schauen, wo ist das Momentum? Also, was liest man in den Foren? Wo beschäftigen sich alle Trader mit? Und dann schaut man einfach, okay, finde ich ein Handelssetup, mit dem ich dann auch da einsteigen kann. Aber das ist das, was ich auch mache. Ich schaue immer, was wird in den Foren viel besprochen, wo kommen auch viele Kundenanfragen zu. Dann schaut man die Aktie an und dann sehen wir natürlich auch anhand unserer Parameter, ob die Aktie interessant ist. Ja, wir hatten ja schon über Tesla zum Beispiel gesprochen oder auch über Apple. Lohnt es sich denn bei solchen Werten jetzt noch einzusteigen? Oder um mal allgemeiner zu fragen, lohnt es sich bei Aktien am 52 Wochen hoch noch einzusteigen? Oder ist das, ich sage mal, schwer zu beantworten? Also, ich bin ein riesen Fan davon, Aktien auf Jahreshoch oder sogar aufs Allzeithoch zu kaufen. Also, wir hatten ja vorhin das Thema auch mit Tesla schon mal gehabt. Also, solche Aktien liebe ich, weil man muss sich immer vorstellen, viele Aktionäre haben tatsächlich Angst, Aktien auf Hochs zu kaufen, weil sie sagen, wer soll denn nach mir kaufen? Aber die Frage ist eigentlich falsch. Die Frage müsste eigentlich sein, wer ist denn, wenn eine Aktie auf Allzeithoch ist, noch im Verlust? Weil die meisten Trader verkaufen doch dann, wenn sie im Minus sind, weil sie dann Angst bekommen, der Markt fällt immer weiter oder die Aktie fällt immer weiter. Aber wenn eine Aktie auf Jahreshoch ist oder höher steht, auf Allzeithoch, dann gibt es keine Verlierer mehr. Es gibt nur noch Gewinner. Natürlich werden dann auch mal ein paar Leute verkaufen und Gewinne mitnehmen, was ja auch alles legitim ist. Aber grundsätzlich ist es viel, viel besser, Aktien auf Hochs zu kaufen, als nicht. Und wir haben einen Stopp-Kurs, das heißt, das Risiko ist hier auch klar kalkuliert. Deswegen würde ich immer dazu neigen, wenn das Marktumfeld gut ist, tatsächlich solche Aktien zu kaufen. Ja, und wenn eine Aktie halt stark steigt, dann macht die auch alle paar Tage Neues 52 Wochen hoch. Und dann ist ja egal, wo man vielleicht eingestiegen ist, man ist immer im Gewinn. Genau. Man ist dann halt immer im Gewinn. Und die Leute, die halt short waren in der Aktie, werden auch gezwungen, immer wieder ihre Position zu schließen. Und das alleine treibt den Markt nach oben. Okay, super. Danke dir, Mario. Sehr gerne.